Ich bin der Terminator und wenn du leben willst, dann schau dir jetzt die ganze Folge SeanDavidTV an. Hallo und herzlich willkommen zurück zu SeanDavidTV mit mir SeanDavid logischerweise und wieder einem wundervollen Gast. Und zwar zum gefühlt 8 Milliarden Mal, obwohl wir gerade erst 20 Folgen so aufgenommen haben. Daniel Schkackert, hi. Hallo Sean, hallo. Vielen Dank für die erneute Einladung und dann auch noch zu einem so schönen Film. Ja, heute reden wir über ein absolutes Meisterwerk der Filmgeschichte. Manche Menschen sagen, der Film ist in derselben Kategorie wie der Pate oder... Nein, nicht wirklich. Wir reden über guten Trash. Oh Gott, nee, da werden schon wieder einige sauer, wenn ich das sage. Aber wir reden erstmal über Phantomkommando, a.k.a. auf Englisch Kommando, mit unserem Lieblingsschauspieler, Oscar-Preisträger, Arnold Schwarzenegger. Ja. Was muss ich sagen? Ey, ich mein, Phantomkommando, das ist allein schon dieser Titel. Ich mein, der heiße Kommando im Original so, aber dass man in Deutschland gedacht hat, Kommando funktioniert nicht. Nee, nee, muss noch Phantom dran geklatscht werden. Es muss noch Phantom dran geklatscht werden, warum auch immer. Aber ey, ich weiß nicht, ich, auch dieser Film, ne, du guckst ihn, du siehst ihn. Es ist am Anfang so ein bisschen, wirkt es wie so ein amerikanischer TV-Krimi. Ja. Wenn sie da am Anfang ihre Leute exekutieren, so. Aber sobald Arnold Schwarzenegger zum ersten Mal in Erscheinung tritt als Colonel John Matrix. Matrix. Der eigentlich, ja, sich zurückgezogen hat, mit seiner Tochter den Ruhestand genießen möchte, nachdem er jahrelang im Krieg als Maschine gedient hat. Und ja, auch dann das Angebot eines befreundeten Kernels ablehnt, sich jetzt doch mal bitte darum zu kümmern, warum denn alle Leute seiner ehemaligen Einheit umgebracht werden. Sagt er, nee, hab ich keinen Bock drauf, ich bin raus aus der Nummer so. Aber dann wird seine Tochter, gespielt von einer blutjungen, zwölfjährigen Alyssa Milano, wird entführt von eben ganz, ganz fiesen Schergen. Und John Matrix macht das, was er am besten kann. Er schreitet zur Rache und bringt einen gesamten, weiß ich nicht, südamerikanischen, fiktionalen Kleinstaat zur Strecke. Ich muss die ganze Zeit schmunzeln, weil dieser Film einfach, ey, ein krasseres 80s-Produkt kannst du eigentlich schon nicht sein, ne? Also es gibt wenig Filme, die mit dem puren 80s-Stempel so sehr, also ja, so sehr, also diesen Stempel wirklich so geprägt haben wie der, ja? Also ich würde, Rocky IV, würde ich jetzt mit reinziehen. Ja, der schöne Propagandafilm, ja. Predator auf jeden Fall. Predator ist schon wieder hochwertiger. Ja, Predator ist auf jeden Fall hochwertiger, aber Predator macht's intelligenter. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also Predator ist, was ja viele Leute auch nicht unbedingt so sehen, aber Predator ist ja wirklich eine Parodie auf gewisse Mechaniken, Mechanismen, das Machotum und so weiter. Er macht's halt nur cleverer, weil er's halt intelligenter verpackt. Ja. Ja. Aber also Commando ist da noch, also Commando war ja eigentlich die direkte Kampfansage von Arnold Schwarzenegger an Sylvester Stallone. An Sylvester Stallone, genau. Weil Commando lief nach Rambo 2. Rambo 2, genau. Und, ähm. Wie, Sly hat so viele Leute umgebracht? Nee, nee, ich muss noch mehr Leute umbringen. Und was, Sly hat hier so eine, so eine, ich rüste mich aus Montage, dann muss meine Montage noch viel, viel länger sein. Ich muss noch viel, viel Waffen irgendwo unterbringen an meinem Körper als Sly. Das ist doch geil. Das ist doch geil. Ey, das war ja, das war ja wirklich, das war ja die erste Szene, die ich von Phantom Commando gesehen habe, war diese Montage, wenn Arnold Schwarzenegger sich für den Endkampf vorbereitet und sich alles irgendwie an den Körper ransackt. So eine 20 Minuten Montage von so vielen Waffen, die gar nicht alle an einen Körper rankönnen. Ja, das war, das war die erste Szene, die haben sie damals in der ZDF Kino Hitparade als, als Ausschnitt gezeigt. Ich hab's gesehen, ich war hin und weg, ich musste diesen Film sehen. Es hat ja funktioniert, ne? Das ist ja auch, auch das Ding, so, 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 so unvorstellbar das eigentlich ist, aber es hat ja, also gerade uns Jungs, Männer, halt voll angesprochen, ne? Komplett aus der Seele, also aus einer nicht vorhandenen Kriegeseele, also das muss man ja dazu sagen, wir kannten das ja nicht, beziehungsweise wir hätten ja niemals diese Erfahrungen gehabt, so, oder wir hatten niemals diese Erfahrungen, die uns irgendwie dann abschreckend, wo für uns wurde Krieg ja, sag ich mal, glaube ich, dann doch immer ein bisschen filmischer, harmloser, glorifizierender dargestellt, als es eigentlich war, ja, und also zumindest in dem Zeitraum, in denen wir aufgewachsen sind, mit den Filmen, mit denen wir aufgewachsen sind, da muss man halt einfach so nüchtern auch sein und sagen, das war alles deutlich harmloser, die ganze James-Bond-Mentalität, ne, Peng, du bist tot und fall um, Karl May genauso, ne, wo die, die Colts da irgendwie einfach nur geraucht haben und Leute fliegen durch die Gegend und mit dem Trampolin und was weiß ich, das war halt unterhaltsame Gewalt, so, ne? Ja, ja, ja. Aber, dann kam halt noch der Faktor Arnold Schwarzenegger dazu. Ja, zu einer Zeit, man muss ja doch dazu sagen, also deswegen liebe ich die 80er auch so, dass jemand wie Arnold Schwarzenegger mit katastrophalem Englisch nicht wirklich vorhanden Schauspielskills, und es hat sich alles gebessert, aber wir reden halt wirklich von Mitte der 80er, da war Arnold einfach noch nicht so weit, aber dass der einfach halt, ja, du siehst halt krass aus, bist halt voll der Muskelmann, ja, hier Hauptrolle für den Film, und, aber trotzdem kannst du es dir halt gut angucken, ich muss ganz ehrlich sagen, also, mir macht der Film halt wirklich Spaß, weil er eben so baller, baller ist, wie er ist. Er ist so baller, baller, und er hat dieses Ding, er hat die One-Liner, also es gibt Aber richtig krasse. Richtig coole One-Liner, er hat die richtigen Bösewichte, so, ja, Vernon Wells war es ja. Genau, der aussieht wie ein, ja, wollte ich mal sagen, ein schwuler Freddie Mercury, hahaha, wie Freddie Mercury auf Steroiden. Wusstest du, dass er gar nicht geplant war für die Rolle? Nein, erzähl. Eigentlich sollte Wings Hauser, oder Wing Hauser sollte die Rolle spielen. Okay. Und der war auch sogar schon gecastet, aber irgendwie gab's, ich weiß nicht warum, irgendwie gab's Stress, und, und, ähm, sie haben wirklich kurzfristig dann, oder relativ kurzfristig Vernon Wells ausgetauscht, weil, oder beziehungsweise, was sich halt dann darin widerspiegelt, dass die Klamotten, die er in dem Film trägt, alle ein bisschen eng wirken. Okay. Also, er hat ja manchmal, also, ich muss sagen, dieses Kettenhemd-Ding. Es ist so gay, aber es ist so cool. Ja, aber, es macht es so und so. Aber, man muss ja auch sagen, es wirkt ein bisschen plautzig. Stimmt, ja, stimmt, er sieht sehr unformig da drin aus, das stimmt, da hast du recht. Und er, ich glaub, er besagt halt immer, oder bezieht sich deswegen immer darauf, dass er sagt, das waren eigentlich die Kostüme, die schon an Wing Hauser angepasst waren. Interessant. Okay, das wusste ich nicht. Und der ist halt, der ist zwar halt so von der Statur schon ähnlich, und ich find auch so vom äußeren Erscheinungsbild sind die beiden irgendwo beieinander. Aber, ähm, der andere ist halt doch ein bisschen schlanker. So, beziehungsweise hat ein bisschen, ein bisschen schlankere Figur gehabt. Ja. Deswegen waren die Kostüme wohl alle ein bisschen enger. Super interessant, weil, ja, du hast recht, also, das ist mir tatsächlich früher auch schon aufgefallen. Er sieht halt echt, er sieht nicht vorteilhaft aus, wie... Im Vergleich zu Arnold. Ja, das, das macht, also generell er als Gegenspieler zu Arnold ist halt schon sehr lustig. Eben, weil er diesen Schnörres hat, dann dieses Freddie Mercury Outfit, was halt nicht richtig passt, dann so, so, so unförmig drin aussieht. Und dann halt gegen, gegen Mr. Universum, Mr. Olympia. Ah, das ist halt wiederum so geil. Und Schwarzenegger war wohl auch zu Beginn gar nicht so überzeugt davon, dass der den Part irgendwie bringen kann, weil er den immer so als, wie hat er es beschrieben, als Lateback-Typen beschrieben hat, so ein bisschen entspannter, ein bisschen lustiger und so weiter. Und dann gibt's wohl, gab's wohl die erste Szene, wo er ihm, ähm, das Messer so an den Kopf hält oder irgendwie sowas. Das war, das muss relativ zu Beginn des Films dann auch sein, wo sie ihn halt schon einmal gefangen genommen haben. Und dann kommt Bennet halt mit dem Messer so an und Schwarzenegger muss ja danach wohl gesagt haben, lass den Typ nie wieder an mich ran. So, ja, also das war wohl die Szene, weil er da halt wirklich, er war halt vorher, glaube ich, wohl auch nicht so unbedingt für fiese Rollen bekannt und hat halt in der Szene einmal alles reingeschmissen, so, ja. Das war so sein erster großer Moment, den er mit Schwarzenegger hatte. Hat da alles wirklich reingehauen, hat wirklich den Bennet abgegeben, den wir halt im Film kennen, so. Und das war wohl für Schwarzenegger der Punkt, auch zu verstehen, okay, der kann das, mit dem krieg ich das hin und der bringt hier einen überzeugenden Psychopathen, oder? Ach, interessant, interessant, interessant. Gedreht wurde der Film von Mark Lester, der jetzt nicht wirklich eine große Directors-Karriere hinter sich hat. Also, er hat eine Menge schöne B-Filme gemacht, ne? Das wollte ich gerade sagen, er ist halt eher in der B-Movie-Szene halt bekannt, jetzt nicht so im Mainstream. Was ich aber interessant finde, weil Phantom Commando ja jetzt in den 80ern jetzt nicht unerfolgreich war für das, was es war und man dann schon hätte denken können, von wegen, ja, vielleicht sind da vielleicht die ein oder anderen größeren Action-Filme noch in seiner Zukunft. Das bekannteste, was ich kannte, was jetzt nicht in die Hardcore-B-Movie-Reihe fällt, ist Showdown in Little Tokyo mit Dolph Lundgren. Aber den würde ich auch als B-Movie bezeichnen. Ist für mich aber nochmal was anderes, also ist nochmal hochwertiger als die anderen Sachen, die er gemacht hat. Ja, ja, hast du den mal wieder gesehen? Showdown, ja, aber... Also, ich hab mir den nochmal hinzugefunden, was weiß ich nicht, ich weiß nicht, irgendwie in Bezug mit Brandon Lee hab ich mir den nochmal angeguckt, weil ich nochmal ein paar Brandon Lee-Filme einfach nachholen wollte. Der ist übrigens, also der hatte so viel Potenzial, der gute Mann. Ja, Mann, ey, es ist so traurig, ey, wirklich. Und gerade der Film hat auch nochmal ein bisschen was gezeigt, wie der Dolph Lundgren, ne? Und wieder zeigt dieser Film, dass Lundgren nicht der beste Schauspieler ist. Aber dann sitzt da halt Brandon Lee daneben, der meiner Ansicht nach die Rolle, die er da spielen muss, so viel deutlich, also so deutlich besser ausfüllt und besser irgendwie mit Leben füllt als ein Lundgren, der eigentlich die ganze Zeit nur steif ist. Aber dann halt so Sätze sagen muss, mir wie, was sagt der da, ich hab noch nie so einen großen Penis gesehen oder so. Ja, ist cringe, ist cringe, ja. Also, das tut mir dann halt auch echt leid für Brandon Lee, dass er dann irgendwie so einen Rotz da erzählen muss, ne? Also, es ist interessant, ohne dass wir jetzt zu sehr abschweifen, aber ich hab den Film, glaub ich, das letzte Mal vor drei, vier Jahren gesehen und für mich kam der Film, deswegen find ich ihn noch ein bisschen hochwertiger, für mich kam der wie ein guter VHS, also Direct-to-VHS-Release halt raus. Das würde ich auf jeden Fall genauso. Und für mich sind halt so Hardcore-B-Movies, wo du weißt, okay, der hatte niemals die Chance, ins Kino zu kommen. Nicht so wie Kommando. Ja, wo wir wieder bei dem absoluten Klassiker sind. Ich hab mal ne Frage an dich. Von den ganzen Charakteren, jetzt abgesehen von Matrix und Bennett, ist dir da noch irgendein Charakter so ins Auge gestochen, wo du sagst von wegen, ah, ich hab hier schon mehreren Filmen gesehen, dich find ich ganz cool. Ja, Bill Duke. Ja, Bill Duke, ne? Ja. Genau, also, das ist der schwarze Onkel, der gefühlt in vielen Schwarzenegger-Filmen, der war auch bei Predator, ne? Auf jeden Fall. Genau, also, den Person... Also, Mac. Genau. Der sich immer mit dem Rasierer... Genau. Geile Szene übrigens. Der ist auch in vielen Filmen dabei, hat auch immer, also jetzt nie so die megagroßen Rollen, aber ist immer so ein Gesicht, haben wir ja in einer anderen Folge mal drüber gesprochen, wo man sich immer freut, wo man ihn halt sieht, so von wegen, hey, der macht seinen Job solide. Bei Payback war er auch zum Beispiel. Bei Payback, genau. Oh, hab ich lange nicht mehr gesehen. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Gibt's ja zwei Versionen, ne? Kennst du? Ne. Es gibt einmal, also es gibt die Kinofassung und es gibt einen Director's Cut. Ah, du meinst die brutale Version und, ähm, weil wir reden von dem mit Mel Gibson, Genau. Und da gibt's zwei Versionen. Bei der einen ist Chris Christopherson dabei, bei der anderen nicht. Oh, okay. Das wusste ich nicht. Ja. Die Figur von Chris Christopherson kommt in dem anderen Film nur über die Lautsprechanlage vor und ist da, glaub ich, auch eine Frau. Interessant. Also, muss ich mal beide gucken. Und der eine, die eine Fassung erkennst du immer daran, die hat so diesen Blaustich. Ja. Und die andere halt eben nicht. Also, die haben sie so ein bisschen von dem Blau befreit. Also, ey, das ist eine spannende Geschichte, beziehungsweise eine interessante Geschichte, weil mit Brian Helgeland, dem Regisseur, gab's da auch jede Menge Stress. Okay, müssen wir vielleicht auch mal hier, weil den hab ich auch tatsächlich lange nicht mehr gesehen. Ich wusste, aber ich hab den echt gerne geguckt früher. Ich hab den auch früher gerne, sehr gerne geguckt. Krass, ey. Das ist übrigens das Schöne, wenn Daniel und ich zusammensitzen. Da kommen immer mal wieder Filme so zur Sprache, die man lange nicht mehr gesehen hat. Ja, vor allem haben wir jetzt, glaube ich, schon innerhalb der letzten Folgen, die wir so aufgezeichnet haben, ein paar Filme zusammen gesammelt, für die wir in die nächste Session wieder bleiben können. Ja, aber das ist doch das Schöne. Ich hab noch ein paar interessante Informationen, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber, und das ist auch logisch, wenn man sich zurück in die Zeit versetzt, Arnold Schwarzenegger war ja jetzt vom Körperbau schon jemand, wo es sehr, sehr, sehr schwierig war, ein Stunt-Double zu finden. Das hat man zum Beispiel, das werde ich nie vergessen, bei Terminator 2, bei den Motorrad-Szenen, wo Arnie von der Klippe mit dem Motorrad runterfährt, wo man halt ganz klar sieht, dass es ein Stuntman ist, weil der einfach mal 20 Kilo weniger drauf hat. Aufgrund dieser Tatsache musste Arnie bei vielen Filmen viele Stunts selber machen. Aber hat er wahrscheinlich auch gerne gemacht, ne? Das weiß ich nicht, kannst du mir aber vorstellen, ja? Bei Phantom-Commando hat er fast alles selber gemacht. Ich weiß nur, es gibt diesen einen Stunt, wo er sich an diesen Lampjungs oder was das ist, durch dieses Kaufhaus schwingt, ne? Genau, genau. Und das macht ein anderer. Das macht ein anderer. Genau. Und sieht man aber volle Kanne. Ja, das sieht man halt wirklich volle Kanne so, ja? Es ist halt schwierig für Arnold Schwarzenegger halt einfach jemanden zu finden, der genau dieselbe Statur hat. Ja. Ja, und dann halt noch irgendwie am besten so ein bisschen auch so aussieht, ne? Also, ey, aber Arnold trägt es ja mit Fassung. Ich glaube, die eine Schnittwunde, die er an der Stirn hat, die hat er sich ja wirklich zugezogen beim Film. Echt? Oh, okay. Da hat er sich wirklich verletzt und dann haben die Macher gesagt, komm, lass mir direkt drin. Ach, cool. Okay. Also solche Sachen sind dann halt aber auch dann entstanden, ne? Und ich glaube, damals zu dem Zeitpunkt war es für Arnold wohl auch echt einfach nur der Konkurrenzkampf das Entscheidende. Also ich denke mal, er wie auch Michael Jordan zum Beispiel, das haben wir ja auch bei Last Dance gesehen, ne? Das sind ja Leute, genauso ich denke mal auch Stallone, die brauchen diese Competition. Ja, und das bringt die zur Höchstleistung und das ist ja geil. Und das hat auch die Arnold-Doku auf Netflix gezeigt, ne? Also egal, ob es jetzt im Bodybuilding war oder bei der Schauspielerei, er brauchte irgendetwas, an dem er sich, sag ich mal, orientieren kann, dass er irgendwie schlagen muss oder mit dem er sich messen kann. So nie unbedingt im Sinne von vernichten, sondern einfach nur Zeit, ich kriege das entweder genauso wie du hin oder auch besser. Ja. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es diese Rivalität zwischen Schwarzenegger und Stallone in den 80er Jahren gegeben hat, finde es auch umso schöner, dass die jetzt so Buddies sind, also dass nach all den Jahren des Konkurrenzkampfes, dass die beiden doch gesehen haben, ey, so wir sind beide intelligent, haben beide eine tolle Karriere hinter uns, haben beide voll dieselben Interessen, so die gehen ja zusammen jagen mittlerweile, Zigarren rauchen miteinander und so weiter. Liegen im selben Krankenhaus. Ja, also es ist schon sehr, sehr, sehr cool, aber natürlich umso geiler, wenn man die ganze Story kennt, diesen Machtkampf zwischen den beiden. Also die Story kennst du ja auch von wegen, also das ist einer meiner absolut Lieblings-Stories, wie Schwarzenegger Stallone ausgetrickst hat. Mit Mama. Ja, Stopp oder meine Mami schießt. Nur für euch kurz die Info, super interessante Story. In den 90ern war es ja immer so, die Drehbücher in Hollywood wurden herumgereicht und dann war es immer so, okay, wer von den beiden, von Stallone und Schwarzenegger, kriegt jetzt das fettere Drehbuch und dreht den fetteren Film mit dem größeren Boxoffice und so weiter. Und dann wurde Stallone das Drehbuch zu Stopp oder meine Mami schießt angeboten und Stallone meint so, aha, das ist aber jetzt nicht gut. Und dann wurde ihm gesagt von wegen, ja, aber sonst macht Schwarzenegger das. Nee, okay, dann mach ich das. So, was hat sich herausgestellt? Schwarzenegger wolltest du nie machen. Ja, Schwarzenegger wolltest du nie machen, sondern hat gesagt, ja, sag mal dem Stallone, dass ich das machen wolltest. Und zeigt es einmal wieder, wie gewitzt und wie geil Schwarzenegger einfach ist, ne? Ja, also, das hat er ja auch in der Doku-Landung, wie gesagt, ne, dass er halt dann auch Leute irgendwie schon so ein bisschen mit Mindtricks irgendwie bearbeitet, um halt auch dann, sag ich mal, seine Leistung besser abrufen oder dastehen lassen zu können, so, ja. Und das fand ich schon, fand ich auch gut. Ist geil! Ist ein guter Move. Also, ja, ey, ich mein, okay, Stopp oder Meine Mami schießt, ist scheiße, aber Arnold hat halt auch den ein oder anderen Aussetzer gehabt. Ja, natürlich, natürlich. Also, das muss man jetzt gar nicht irgendwie schönreden. Da gab's auch schon die ein oder andere Graupe dabei. Und ich mein, reden wir mal von der Anfangsphase, ne, Hercules in New York ist ja auch ein Film, den kannst du ja kaum angucken. Hast du den mal in Originalsing guckt? Ey, das ist ja böse. Das ist richtig böse. Boah, wenn ihr mal richtig was richtig Böses sehen wollt, Hercules in New York, Original Dub, also Originalstimme von Arnold Schwarzenegger, wo er noch so gut wie gar kein Englisch konnte. Und ich mein, der Film ist schon schlecht, aber Arnold macht halt einfach nochmal eine Spurschlechte. Also, Arnold macht den einen 2,0-Film bei IMDb auf minus drei. Aber dann kommt hier, Mist, hier, Pumping Iron, war das? Also, einmal Pumping Iron und dann der Mr. Universum? Ja. Nächste so? Ja, boah, ich weiß nicht mehr. Und dann hat er ja noch einen Film, ich glaub, mit Jeff Briggs, mit, ähm, nicht Jeff Briggs, äh, wie heißt der, von Tron. Jeff Bridges. Jeff Bridges, genau. Da hat er ja da auch einen Film. Den, den, den meine ich ja, den, wo er, diesen Nachwuchs, wo er diesen Bodybuilder spielt. War das Mr. Olympia, hieß der so? Ja, oder Mr. Universum, ich glaub, ja, entweder das oder auch Pumping Iron im Original. Ich, boah, jetzt weiß ich's nicht. Och. Egal. Ähm, auf jeden Fall, aber da hat er ja dann, ne, da hat er verstanden, okay, das geht so nicht, hat er dann auch irgendwie ein bisschen Unterricht genommen und so weiter und ja, hat dann direkt den Golden Globe für den besten Nachholflaschen. Ja, und man muss ja auch wirklich sagen, also das, das ist auch etwas, was ich, was ich total schön finde zu sehen. Wenn du dir jetzt den kompletten Filmkatalog von Arnold Schwarzenegger anschaust, du siehst halt, er ist über die Jahre halt immer besser und besser und besser geworden. Also mittlerweile würde ich halt sagen, der Mann kann ja wirklich auch schauspielern. Also es ist jetzt nicht mehr... Er ist jetzt nicht die A-Klasse an Schauspielern. Nein, aber er macht einen soliden Job, also du kannst jetzt nicht mehr sagen, der Mann kann's nicht. Nee, nee. Und es gibt Leute im Schauspielbereich, die, ich glaub, vielleicht sogar auch deutlich mehr Filme gemacht haben als Arnold Schwarzenegger, die immer noch nicht schauspielern können. Richtig, ja. Ja, also... Definitiv, definitiv, definitiv. Ja. Kommando. Kommando, ja, sorry. Eine Sache hab ich noch hier und mir fällt gerade ein, ich möchte auf jeden Fall mit dir noch eine Folge machen über das Thema, wer hat die bessere Filmkarriere? Schwarzenegger oder Stallone? Das ist schwierig. Ja, das würde ich aber gerne noch mit dir ausdiskutieren, aber vielleicht für eine andere Folge. Der Film hat damals 10 Millionen Dollar gekostet und hat 57 Millionen Dollar eingespielt. Das ist solide für damalige Verhältnisse. Nur halt im Vergleich zu Rambo 2 gar nichts. Ja, natürlich, natürlich im Vergleich zu Rambo 2 definitiv nichts. Rambo 2 ist auch für mich der bessere Film, wobei Kommando macht mir mehr Spaß. Also objektiv betrachtet, finde ich, ist Rambo 2 hochwertiger. Ja, und trotz solcher Szenen wie zum Beispiel hier dieses finale Duell zwischen ihm und dem Typ, der seine Freundin abschießt, also wo er halt den ganz langsam den Pfeil hochmacht und in dem, geile Szene, geile Szene. Aber ich finde, so quatschig Rambo 2 auch sein kann oder zwischenzeitlich ist oder natürlich dann auch, wenn er halt daher am Ende steht und mit dem M16 da in die Luft ballert, trotzdem hat er einen ernsteren Grundton irgendwie. Ja, genau. Auf Englisch würde man bei Kommando sagen, tongue-in-cheek, von wegen, er ist auch nicht wirklich ernst. Also das ist auch mit einem Augenzwinkern gemeint, der ganze Film. Während Rambo sich halt sehr ernst nimmt. Also im Vergleich dazu nimmt sich Rambo deutlich ernster, als es ein Kommando jemals gemacht hat. Was halt schon allein eben diese ganzen One-Line-Ergumente irgendwie bestätigen, die ja wirklich nur in dem Film drin sind, weil sie sich ja, also die ja einfach egal wären. Die können es ja rausnehmen und es würde nichts ändern, aber sie sind ja so bewusst, steuert ja fast jeder, jede 15 Minuten steuert auch so ein One-Liner zu. Ja, also deswegen. Ich habe ihn, ich fresse Green Berets zum Frühstück oder ich habe ihn gehen lassen. Oder weißt du noch, als ich gesagt habe, ich töte dich zuletzt? Ja. I lied. I lied. Ja, aber es ist geil. Wie gesagt, also für mich ist der Film halt ein super Zeitzeugnis der 80er Jahre, der wirklich ein Produkt seiner Zeit ist, aber den man heute immer noch gut gucken kann, wenn man einfach Lust hat auf ey Kopf aus und komm, beriesel mich ein bisschen. Und, aber, was ich das Schöne finde ist, dass diese Filme noch so ein bisschen, jetzt natürlich erst im Nachhinein und mit der Zeit so eine gewisse, so ein bisschen Subtext gewonnen haben oder beziehungsweise so eine gewisse weitere Bedeutung gewonnen haben. Mission Impossible 2 zum Beispiel, ja. Ist ein Film, den kann man wirklich abstrafen ohne Ende. Ja. Aber ohne Mission Impossible 2. Richtig. Wäre Hugh Jackman niemals Wolverine geworden. Ja. Ja, also würde es Mission Impossible 2 nicht geben, hätten wir Drew Gray Scott als Wolverine gehabt. Und wer weiß, ob es dann noch Wolverine geben würde. Ja. Also, wir haben eigentlich Mission Impossible 2 zu danken, dass der so lang gedauert hat, dass Hugh Jackman die Rolle des Wolverines übernehmen konnte. Phantom Kommando sollte eigentlich einen zweiten Teil bekommen. Aus dem wurde nie was, weil Schwarzenegger nach Conan Teil 2 gesagt hat, ich hab keine Sequels. Ich hab nicht mehr so viel Bock auf Sequels. Gut, da musste dann Cameron kommen und so, aber das war dann auch, der hatte mit Aliens auch genug Wund im Rücken. Aber Schwarzenegger wollte Phantom Kommando 2 nicht machen. Denn Phantom Kommando 2 sollte eigentlich davon handeln, dass die Tochter entführt wird in einem Hochhauskomplex von ein paar Terroristen. Wo haben wir das schon mal gehört? Ja, kurios. Wie sollte das, wer sollte das wohl erledigen, diesen Job? Ja, und ja, das ist halt das Schöne. Daraus wurde dann halt ein Film natürlich halt unter, mithilfe des Drehbuchautors von Phantom Kommando, der dann halt, Steven E. de Sousa, der dann halt aus Phantom Kommando 2 stirbt langsam gemacht hat. Richtig. Ja, also. Ein anderer Klassiker. Ja, ist schön, wie alles so. Weißt du, also, es hat irgendwo, sag ich mal, wenn es auch eine Menge Macken hat, hat es irgendwie dann auch irgendwie was Gutes hervorgebracht. Ja. Und das finde ich immer so schön an solchen Filmen dann, ja. Man kann nur Phantom Kommando, kann man wirklich einprügeln. Kein Problem. Ja, das ist wirklich echt. Das ist wirklich kein Problem. Würde ich auch niemals jemanden irgendwie ab, also, beziehungsweise aufhalten, so, ja. Aber ich möchte trotzdem sagen, ey, Freunde, anerkennt, ja, bitte, gewisse Dinge müsst ihr anerkennen oder könnt ihr gerne anerkennen und dadurch gewinnen diese Filme dann auch wieder. Und stirbt langsam, wäre ohne Phantom Kommando nicht möglich gewesen. Meiner Ansicht nach. Das ist so geil. So, der Film hat auf IMDb 6,7. Viel zu wenig. 9,0, ne? Nein. Aber okay. Ich sage es mal so. Und das ist wieder so dieses Schwierige, wenn du Sachen bewertest, die objektiv vielleicht jetzt nicht so gut sind, aber die trotzdem bei dir etwas auslösen, was, ja, am Ende für Spaß steht, für Freude steht, für gute Erinnerungen steht, etc. Deswegen für mich wäre 6,7, auch wenn ich weiß, dass er kein richtig guter Film ist, wäre für mich zu wenig. Bei mir wäre er eher so in der 7,2-Ecke. Genau, das hätte ich auch gesagt. 7,2. Perfekt. Perfekt. Vielleicht 7,3. Ich meine, was sind diese 0,3-Prozentpunkte oder Punkte? Ich meine, was hat dich mehr dazu gebracht, dass, also, wie drückst du 0,3 in Spaß oder in Freude oder in, keine Ahnung, Liebe aus? Das ist so, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber, ja, das wäre auch mein Thema. Leute, postet es in die Kommentare. Wie findet ihr den Film? Wie habt ihr ihn gefunden? Wann habt ihr ihn gesehen? Wie findet ihr Arnie? Wie findet ihr Sly? Tobt euch aus in den Kommentaren und hoffentlich sehen wir uns bald wieder bei SeanDavidTV und hoffentlich auch wieder mit Daniel Schrockert. Vielen gerne. Vielen Dank. Ciao. Hallo Filmfans, ich bin die Jazz-Produzentin von SeanDavidTV. Wenn ihr die Folgen mochtet, lasst doch sehr gerne ein Like da und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert unseren Kanal. Bis dann.